Ja moin, ich hoffe du hast es dir schon ein bisschen gemütlich gemacht. Wir gucken heute zusammen ein bisschen Video an. Das haben wir jetzt schon einmal gemacht, das kam sehr gut an. Das erste Video, da ging es um die Ernährungs-Docs. Guck es dir an, falls du es noch nicht gesehen hast, weil das absolut Banane, was die da ernährungstechnisch auf die Beine stellen bei Mobus Krohn. Und heute gucken wir das Video an über die Chanel. Vielleicht hast du von der schon gehört, die hat bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und die hat Mobus Krohn. Einen sehr schweren Verlauf von Mobus Krohn, das sehen wir gleich im Teaser. Bevor wir jetzt gleich ins Video starten, noch ein Kommentar von mir. Mir geht es hier nie darum, irgendeine Person zu bewerten oder irgendwie zu kritisieren. Das ist absolut nicht das Ziel der ganzen Geschichte. Es ist einfach nur, dass ich meine Gedanken, meine persönliche Meinung, das was ich recherchiert habe und was ich mit dem ich Erfahrung gemacht habe, sozusagen, dann auch teile. Das ist alles von mir, gucken wir mal rein jetzt hier. Also ich war in der Kinderklinik und die eine Ärztin wollte mir eigentlich direkt mit acht Jahren einen künstlichen Darmausgang legen. Also dass ich halt so einen Beutel habe, wo dann alles rauslaufen würde. Ich habe teilweise auf der Toilette geschlafen, weil es sich einfach gar nicht gelohnt hätte aufzustehen. Und da wurde ich teilweise fünfmal am Tag operiert, weil es einfach immer mehr wurde, immer schlimmer wurde. Ich hatte kaum noch Blut im Körper und da war es natürlich dann ein Punkt, wo ich dann auch fast dran gestorben wäre. Ja, als ich die Narben gesehen habe, da dachte ich mir so, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre. An meinem Arm ist halt, also so. Wenn man so eine Geschichte durchlebt hat selber, dann macht man auch in 30 Sekunden das krasseste Intro zu einem Video. Also heftig, was ich durchmachen musste. Auf dem Klo schlafen musste ich noch nicht, aber ich kann natürlich vieles, oder du sicherlich auch, wenn du es gerade anguckst, sehr viel davon ein bisschen nachempfinden. Ich hatte auch diesen Fall, wo ich so viel Blut verloren hatte, dass es da auch schon sehr kritisch bei mir war, dass ich nicht mehr aufrecht stehen konnte oder so. Ich musste da mit dem Rollstuhl rumfahren. Ja, heftig, ey. Heftig. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Ich grüße dich, alles klar bei dir. Ja, und selbst. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen? Klar, ich bin Chanel, bin 20 Jahre alt und mich kennt man wahrscheinlich von Germany's Next Topmodel. Ich war dieses Jahr dabei und wurde 17. Und das habe ich gesehen. Also, ich habe mir danach eingeguckt, warum sie ausgeschieden ist, weil ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie weiterkommt, dass Mobus Krohn vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt auch. Aber die ist dann aufgrund von einer ganz blöden Challenge irgendwie rausgeflogen. Also, so richtig bescheuert. Die ganze Show, finde ich, hat nichts mit einem wirklichen Topmodel zu tun. Das ist einfach nur Entertainment und irgendwelche dummen Challenges, die am meisten Zuschauer bekommen. Deswegen schade, ne? Und ich bin heute hier, weil ich eine chronische Darmerkrankung habe und davon sehr schwere Narben erlitten habe. Das ist natürlich erstmal krass, dass du da auch so offen mit umgehst. Ich werde dir dazu einige Fragen versuchen zu stellen. Und wenn es irgendwas gibt, was du da nicht beantworten möchtest, Chanel, dann sag das bitte. Und dann musst du es auch nicht beantworten. Aber ich freue mich, die Zuschauer zu Hause auch, wenn wir heute ein bisschen was über dich und dein Leben erfahren. Und wenn du bereit bist, fangen wir direkt an. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Das ist Leroys Kanal hier. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich kenne den Kanal nicht super gut. Aber das ist Leroy Wills Wissen. Also von Willi Wills Wissen. Wahrscheinlich abgekupfert. Deswegen, da ist auch ein Link dann unten zum Originalvideo, falls das jemand ohne meinen Kommentar auch sehen möchte, ne? Ja, bin ich. Chanel, dann erzähl mir doch mal als allererstes, wie du so aufgewachsen bist. Also was sind da so deine ersten Erinnerungen? In welchem Umfeld bist du groß geworden? Also ich bin in einem sehr schönen Umfeld groß geworden. Allerdings mit meiner Mama alleine. Die ist alleinerziehend, seit ich drei Jahre alt bin ungefähr. Und mit meinem Papa habe ich auch gar keinen Kontakt. Aber meine Mama hat immer alles für mich getan. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit und wirklich, glaube ich, somit die schönste Kindheit, die man eigentlich haben kann. Ich bin ja immer ganz interessiert dran, auf der einen Seite die Geschichte zu hören. Vor allem auch, sie hat sehr früh Moritz Kronen bekommen. Und ich halte psychologische Punkte für sehr, sehr wichtig. Und ich kenne sie nicht. Ich kenne ihre ganze Geschichte nicht. Nur von dem, was sie jetzt gerade eben gesagt hat. Und als zweites, als Coach höre ich natürlich mal ganz genau hin. Da wird jetzt gesagt, das war eine wunderschöne Kindheit. Im Kontrast zu, der Vater war sie jetzt, die drei war, gar nicht da und sie hat keinen Kontakt. Also im Balance in der Erziehung, die es da gegeben hat. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es sein kann, das ist wirklich ein Schuss ins Schwarze hier sozusagen, dass der ein Elternteil die ganze Verantwortung bekommt, sehr viel arbeiten muss, sehr viel tun muss. Sie sagt auch, die Mutter hat immer alles getan. Und die Frage ist dann, wie verändert sich diese Sichtweise als Kind dann auf diese elterliche Situation? Und manche Kinder fangen dann an. Das ist nämlich nichts, was ich mir jetzt ausdenke, sondern wenn man sich mit Psychologie auseinandersetzt, ist das was, was einem da sehr oft über den Weg läuft. Auch in dem Buch, when the body says no, when der Körper nein sagt, wird das auch behandelt, dass die Kinder dann die Verantwortung übernehmen. Dass die Kinder dann wollen, dass es der Mutter gut geht. Also die übernehmen sozusagen ein Stück weit eine elterliche Rolle auch so, wenn man das so sagen kann, was dann zu unheimlichem inneren Stress führen kann. Weil man sollte Kind sein, wenn man so jung ist und nicht sich um die Mutter kümmern müssen, wenn das Sinn macht. Schön. Das heißt, voll behütet groß geworden. Und jetzt hast du aber schon angesprochen, dass du Morbuschrom hast. Wie hast du das bekommen? Ist das irgendwas, was man im Kindergarten bekommt von anderen Kindern irgendwie, was sich so überträgt? Oder was ist das für eine Krankheit? Zuallererst mal sagt er, die Krankheit falsch. Aber egal, das ist ja nicht wild. Und als zweites finde ich es halt überraschend, wie manche, also ich finde es so überraschend, weil ich bin so deep drin in dem Topic und du auch, dass es da wirklich noch Leute geben kann oder sehr wahrscheinlich gibt, die wirklich solche Fragen stellen. Wie kann man sich das einfangen? Da wirklich, das ist krass, wie wenig die Menschen darüber Bescheid wissen. Das ist problematisch, weil nicht nur geht es dann darum, nicht nur verstehen dann die Leute uns nicht, wenn man sowas hat, Darmprobleme und so weiter, ist immer noch ein Tabuthema, sondern auch Leute, die das haben, die Darmprobleme haben, sprechen nicht drüber. Aber da gibt es nicht viel Offenheit und Anhaltspunkte, um es rauszufinden. Ich erinnere mich bloß, kurze Geschichte, ich erinnere mich dran, ich habe in einem Callcenter gearbeitet und da habe ich manchmal auf der Toilette meditiert. Da gab es einen Ruheraum und da konnte man nicht meditieren da drin. Da waren so viele Leute und haben da Krach gemacht. Witzig, auf der Toilette, als wenn es da ruhig so ruhig gewesen wäre. Ich weiß nicht, warum ich da meditiert habe, aber habe ich gemacht. Und da ist mir mal aufgefallen, wie viele Menschen Verdauungsprobleme haben, wo man es aber gar nicht sieht. Aber die haben, also das konnte man in verschiedenen Faktoren festmachen, wie du dich sicherlich vorstellen kannst, das konnte man im Geruch festmachen, aber auf jeden Fall auch an den Geräuschen, die da gemacht wurden. Und krass, ich bin der Meinung, oder ich glaube, sagen wir es mal so, es gibt so viele Menschen mit Verdauungsproblemen, wo einfach, die das gar nicht wissen, die das gar nicht checken, dass das gar nicht normal ist. Ging mir ja auch so. Ich hatte mein Leben lang Durchfall und habe das gar nicht als was erachtet, was schlimm sein könnte. Ich dachte so, normal, ne? Das ist krass. Ja, es ist eine chronische Krankheit und die ist erblich bedingt. Man weiß nicht genau, wo das herkommt, das kann man nicht sagen. Bei mir ist das ausgebrochen mit acht Jahren. Also ich hatte schon im Kindergarten immer mal Probleme mit dem Bauch, mit dem Darm und so, aber da dachten wir uns halt nichts bei. Und als ich acht war, hat es dann angefangen. Also ich bin morgens wach geworden quasi, war auf Toilette, hatte einen blutigen Stuhlgang und dachte dann eher so, okay, vielleicht habe ich mal eine Periode, aber mit acht ist es irgendwie auch komisch. Echt? Hast du mit acht Jahren schon daran gedacht, dass es sowas wie eine Periode ist? Und es ist irgendwie alles voller Blut. So war es bei mir auf jeden Fall. Dann habe ich das natürlich meiner Mama direkt erzählt und sie hat auch gesagt, nee, das kann halt eigentlich nicht sein, ich denke nicht. Und dann waren wir auch direkt eigentlich beim Arzt. Ja, und dann fing eigentlich die Hölle an, ja. Ja, ist auch wieder ein sehr bekanntes Szenario, dass man in die Toilette guckt und denkt sich so, oh mein Gott, was ist da los jetzt? Und vor allem, wenn es einmal passiert, denkt man sich so, okay, was weiß ich, irgendwas geplatzt oder so oder vielleicht was Falsches gegessen und dann, aber wenn es dann immer wieder passiert und das dann auch immer mehr wird und man irgendwann gar nicht mehr glauben kann, wie viel Blut da wirklich auskommen kann aus so einem Körper. Also Wahnsinn. Also als Achtjährige, ich versuche mal so, ihr könnt auch mal für euch überlegen, mit acht Jahren, da ist man ja gerade in der dritten Klasse oder so, macht sich eigentlich über nichts so richtig Gedanken. Auf Toilette gehen ist ja ganz normal und okay, dann ist plötzlich die Toilette rot, gut, dass du deiner Mama direkt Bescheid gesagt hast. Und dann seid ihr ab zum Arzt. Genau, Kinderklinik. Und dann fing es eigentlich an, dass ich behandelt wurde, untersucht wurde und dann wurde halt festgestellt, dass ich Colitis oder Zirrhose hätte. Das ist auch eine chronische Darmerkrankung, aber ein anderer Teil des Darms. Und darauf wurde ich dann halt behandelt und ja, das ging dann über Jahre so weiter und das war aber leider ganz falsch. Es war halt die komplett falsche Behandlung und dann fing das halt an, dass das ja komplett rückwirkend alles war und das dann angefangen hat mit meiner Haut und meinem Arm. Fuß, am Kopf hatte ich das auch. Also es war eine ganz, ganz lange Story. Ja, eigentlich der Fehler der Ärzte. Ja, aber sie sagt dann was, was ich auch schon öfter gehört habe, dass so eine, ich will nicht sagen Fehldiagnose gestellt wird, aber dass einfach Colitis oder Zirrhosa, Morbus Crohn einfach so weit voneinander gar nicht entfernt sind natürlich. Die ganzen Darmerkrankungen, am Ende spricht man von einem entzündeten Darm, von einem dysfunktionellen Darm, wenn man so möchte, oder Verletzten, wenn man so möchte. Und ich würde mich mal interessieren, was da abgelaufen ist genau, weil die Medikamente sind jetzt nicht so unterschiedlich oder sowas. Daran kann es vielleicht gar nicht so richtig liegen, aber ich glaube, die kommen da nochmal ein bisschen näher darauf zu sprechen, auf die Ärzte und auf die Entscheidungen, die da getroffen wurden. Was denkt man, wenn man so jung ist und dann plötzlich, puf, du hast gesagt, deine Kindheit war ein Traum, alles total entspannt, mit Mama groß geworden, Einzelkind und superschön. Und plötzlich musst du da zu Ärzten und die beschäftigen sich mit deinem Stuhlgang. Das ist ja eigentlich nichts, wo du jetzt gerade als junges Mädchen irgendwie Bock drauf hast, aber plötzlich ist das voll das Thema und es gibt da ein Problem und noch keine richtige Diagnose. Genau. Also ich war in der Kinderklinik und die eine Ärztin wollte mir eigentlich direkt mit acht Jahren einen künstlichen Darmausgang legen, einen endgültigen. Also dass ich halt so einen Beutel habe, wo dann alles rauslaufen würde, wo meine Mama dann gesagt hat, auf gar keinen Fall, es wurde noch gar nicht richtig untersucht, das kann nicht sein. Das machen wir nicht, die ist acht Jahre alt, man weiß gar nicht genau, was sie hat. Natürlich wäre es jetzt lebensbedrohlich gewesen in dem Moment, dann klar, aber es war halt unnötig und im Nachhinein ist es ja auch so, dass sie mir das Leben damit ja versaut hätten. Ja, ist das krass, oder? Das, ich hatte schon in meinem Video mit Kokosöl heilt Darm, weiß ich nicht mehr, den Titel, der fällt mir gerade nicht ein, da habe ich auch schon besprochen. Was, wenn die Mutter da nichts gesagt hätte? Was, wenn die Mutter da nicht gesagt hätte, ne, warte doch mal, ich weiß doch gar nicht, ob das wirklich alles, die ist acht Jahre alt, who knows, was man da noch machen kann. Wenn die einfach gesagt hätte, ja, wir müssen den Ärzten vertrauen, die hätten dir den Darm da rausoperiert. Und das ist immer so eine Sache, ich weiß nicht, ähm, einfach, ja, Gallenblase braucht man nicht, schnipp raus, äh, du brauchst das nicht, schnipp raus, immer so dieses, dieses rausgeoperieren, das dann als Heilung zu sehen, ne, das ist die einzige, ähm, schulmedizinische Heilung, die wirklich als Heilung beschrieben wird für Kronenkolitis, dass man einfach den Darm rausnimmt. Was? Das ist wie, wenn du, wenn du sagst, du hast, du hast dich geschnitten im Arm, da, und die einzige Form der Heilung ist, den Arm abzunehmen. So, dann ist der Schnitt auf jeden Fall mit weg. Aber das ist so für mich, ähm, so, 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 so eine Brachial-Lösung manchmal, und so oft lässt sich da noch so viel machen, wissen wir ja, dass, dass in der Schulmedizin nicht wirklich nach Ernährung und nach Psychologie geguckt wird, sondern einfach nur nach, ja, nach einem Mittel, was die Entzündung unterdrückt oder das Immunsystem unterdrückt. Also, es war ja unnötig. Ist das dann mit dem, mit dem, also, sind diese Symptome mit dem blutigen Stuhlgang, ist das dann ab diesem Zeitpunkt irgendwie immer so gewesen? Genau, es war immer so, es hat auch nicht aufgehört, es wird auch nicht besser, im Gegenteil, eher schlechter teilweise. Dann habe ich Medikamente bekommen, das war aber auch alles komplett falsch, es hat dann meinen ganzen Unterleib quasi betäubt, sodass ich teilweise gar nicht mehr wusste, wenn ich halt Urin lassen musste, ähm, was natürlich auch komplett falsch ist, so, ähm, da waren wir gerade im Urlaub, das weiß ich auch noch, und, äh, da habe ich halt gesagt, es geht nicht mehr. Also, es kann halt nicht sein, dass ich irgendwelche Medikamente bekomme, wo ich nicht mehr weiß, wann ich auf Toilette muss, weil alles halt betäubt ist. Hat man sehr gerne, ne, also, ich äußere mich, wie gesagt, sehr oft kritisch über die Schulmedizin, aber natürlich hat die Vorteile, ohne die, wäre die Schulmedizin, wäre sie nicht mehr am Leben, wäre ich nicht mehr am Leben. Das ist schon mal vorweg genommen. Aber, das hört man ja immer wieder, ne, dass dann, in der Schulmedizin gibt es immer dieses Unterdrücken von Körperfunktionen, dieses, dieses Runterregulieren von Körperfunktionen, immer mit dem, mit in diesem Paradigma, dass unser Körper nicht weiß, was er macht. Und ich frage mich, wo, woher kommt das? Wann hat irgendwann jemand mal gesagt, ja, dein Körper weiß nicht, was er da macht? Ich meine, das körperliche System ist dazu gebaut, dich am Leben zu halten. Jede Entscheidung, die dein Körper trifft, ist da, um dich auf kurze Sicht am Leben zu halten. Verstehe ich nicht. Also, wenn man ein bisschen weiter nachguckt, auch was diese Symptome von Kronen und sowas angeht, da kann man auch, kann man auch Theorien finden, warum man Durchfälle immer wieder bekommt und so weiter und so fort. Und warum so ein Immunsystem vielleicht auch überreagiert und so weiter. Also, jo. Ja, das, das löst ja auch ganz viel Charme aus. Ja, absolut. Das hat mich mein Leben lang eingeschränkt. Ich habe nichts mehr unternommen, war nicht mehr im Schwimmbad, nicht mehr mit Freunden raus, weil ich nicht wusste, wann muss ich auf Toilette, wo ist eine Toilette, wie gehen die Leute damit um, wie gehe ich damit um. Gab es da so eine Situation als Teenagerin, wo du dich daran erinnerst, wo das irgendwie vielleicht auch durch diese Medikamente richtig schiefgelaufen ist? Ja, es war ganz schlimm. Ich habe auch Cortison ganz viel bekommen, um die Entzündung halt zu hemmen und dadurch bin ich extrem dick geworden. Also, ich habe richtig viel zugenommen über die Ferien und dann bin ich halt aus den Ferien zurück in die Schule gekommen. Und ja, dann wurde ich natürlich stark gemobbt, habe wirklich Zettel in die Tasche gelegt bekommen mit fette Sau, fette Kuh und zu viel Chips gegessen in den Ferien und sowas. Obwohl ich halt wirklich so stark unter Cortison stand, dass mein Bauch teilweise schon gerissen ist, von denen ich halt so zugenommen habe. Ich war immer ein kleines Mädchen, sehr zierlich und habe dann auf einmal über den Ferien 30 Kilo zugenommen. Alter, 30 Kilo und als wenn es nicht schon reicht, dass die komplett fertig ist, dann natürlich noch die anderen Kinder und sowas. Ich meine, Kinder sind Kinder, was willst du machen? Aber echt hart, ohne Scheiß. Und typisches Medikament, typische Geschichten, kennen wir alle, dass wir ständig auf der Suche nach Toiletten sind, ständig gucken, wo ist die nächste Toilette und nach den Standorten von Toiletten auch unser Leben im Endeffekt ausplanen. Ist keine schöne Geschichte. Und die Cortison-Gabe auch, das ist, was ich so kritisiere an der Schulmedizin, weil die Cortison wird eigentlich vom Körper hergestellt, also Cortisol auch von der Nebenniere. Und irgendwie, es ist nicht genug da, deswegen müssen wir es zuführen, aber irgendwie fehlt mir da die Frage, warum ist da nicht genug da? Was beeinflusst den Körper so, dass da vielleicht zu viel ausgeschüttet wird über einen längeren Zeitraum, bis die Nebenniere halt nicht mehr kann? Das ist so eine Frage, die ich mir dann mal stelle. Heftig. Okay, ich versuche jetzt nochmal zu verstehen, also das ist was Chronisches, man weiß nicht, wo das herkommt. Also es ist jetzt nicht so, dass deine Mama oder dein Papa das selber hatten und deshalb hast du das, sondern das ist einfach irgendwas Genetisches, was dann halt einfach da ist und dich hat es sozusagen erwischt. Und das mag ich nicht, diese Sichtweise. Ich finde, das ist eine Sichtweise, da steckt man fest, egal ob es richtig ist oder nicht. Also das ist eine Sichtweise, da steckt man fest. Du hast es jetzt bekommen, du kriegst es nicht mehr los, du kannst nichts dagegen tun. Die sagen, es ist genetisch, aber Mutter, Vater, Opa, Oma, niemand hat es. Inwiefern das dann genetisch bedingt ist, das ist die Frage, ne? Und nee, also ich bin da überhaupt kein großer Freund davon, weil es gibt auch, wie ich schon gesagt habe, man kann genetische Prädispositionen haben, aber es gibt Faktoren, die das auslösen. Nicht jeder mit dem und dem Gen, der bekommt auch diese Erkrankung. Das Buch Zellnahrung ist da wirklich, wirklich, wirklich interessant. Da wird nämlich beschrieben, wie verschiedene Gene, also über 90 Prozent unserer Gene sind eigentlich in Stein, nee, Quatsch, die sind flexibel. Und nur ein gewisser Prozentsatz ist wirklich in Stein gemeißelt. Deswegen können wir über Generationen unsere Gene verändern, um uns an unsere Umwelt besser anzupassen. Und jetzt gucken wir mal die letzten Generationen durch, wo auch viel sich an Nährstofftechnisch viel verändert hat, also die Nahrung weniger Nährstoffe hat und so weiter und so fort. Kann es sein, das ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Frage, kann es sein, dass unser Körper sich einfach nur sensibilisiert hat für gewisse Nährstoffe und für gewisse Nahrungsmittel und einfach andere ablehnt? So, das ist eine extrem interessante Frage, aber natürlich, ja, viel Forschung darüber gibt es, bislang habe ich davon nichts gesehen. Ach, dann ist es ausgebrochen und die Symptome, die würden mich jetzt interessieren, weil wenn du von so einem blutigen Stuhlgang erzählst und so einer rot gefärbten Toilette, das kann ja mal passieren, dass da irgendwie ein Haderplatz oder was auch immer, das ist ja auch menschlich, aber das ist ja, wenn das fortlaufend so ist, auf jeden Fall auch was Schmerzhaftes, oder? Ja, absolut. Also ich habe teilweise auf der Toilette geschlafen, weil es sich einfach gar nicht gelohnt hätte, aufzustehen. Also ich bin aufgestanden, konnte mich direkt wieder setzen, weil ich direkt wieder auf Toilette musste. Ja, und natürlich auch der Blutverlust, der ja auch da war. Und ich habe so viel Blut verloren, dass ich den einen Tag dann ins Krankenhaus gekommen bin, weil es mir so schlecht ging. Und es gibt einen HAB-Wert, der den Blut bestimmt von 12, der ist normal bei Frauen und meiner war unter 3. Also es war halt schon mehr als lebensbedrohlich, ich hatte kaum noch Blut im Körper und da war es natürlich dann ein Punkt, wo ich dann auch fast dran gestorben wäre. Scheiße. Ja, also einer der Punkte. Kommen noch ein paar. Kommen noch ein paar, okay. Fällt dir was auf, wenn du jetzt sie beobachtest, wie sie darüber spricht, fällt dir da was auf? Man könnte sagen, die ist wirklich stark, was die Geschichte angeht. Man könnte aber auch sagen, sie erzählt die Geschichte sehr linear, sehr trocken runter und lacht am Ende auch dabei darüber, über die Dinge, die sie auch hätten noch umbringen können. Das ist was, das fällt mir sofort auf, kenne ich von mir selber. Nicht gut. Ist nicht die Emotion, die man da eigentlich empfinden sollte, wahrscheinlich. Es ist aber auf jeden Fall ein Überlebensmechanismus, ein psychischer. Aber normalerweise sollte man nach so einer Geschichte schon eher eine gewisse Trauer feststellen, weil ihr Gesicht ist auch sehr starr und wie gesagt, keine Kritik an ihr oder in irgendeiner Form. Aber das ist was, was ich gerade eben beobachtet habe, dass da sich in der Stimmlage und sowas auch nicht viel verändert hat, obwohl es der bekrasst ist, was sie da erzählt. Sitzen sie, kann man sich das ja überhaupt nicht vorstellen. Wenn du von so Situationen berichtest, wo du auf der Toilette fast schläfst oder einschläfst, weil dein Körper dich da nicht weglässt, weil da immer wieder irgendwie was kommt. Das ist echt heftig, weil für die allermeisten, die jetzt hier zuhören und zuschauen, ist das auf Toilette gehen ein ganz normaler Akt, über den wir uns wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht haben. Jeder hat mal irgendwie Durchfall oder sowas, das kennt jeder, das ist unangenehm und das ist nach ein paar Tagen weg und dann vergisst du das auch wieder. Das ist kein Thema, wo man sich jetzt großartig irgendwie Gedanken drüber macht. Aber für dich hat sich ja dann ab diesem Zeitpunkt irgendwo das gesamte Leben dann nach den Toilettengängen irgendwo gerichtet. Wie wichtig eigentlich es ist, sich da wirklich bewusst zu werden, wie der Sturm aussieht, wie das läuft. Wie wichtig ist das für die Gesundheit? Ist das ein Gesundheitsmarker? Und trotzdem ist das immer noch so ein großes Tabuthema, wo man nicht drüber spricht. Absolut, 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 absolut gefährlich, was so Kultur und Gesellschaft da anrichten kann. Es gibt andere Kulturen, da ist das völlig normal, da wird nicht mal ein Furz verdrückt, da wird einfach gefurzt. So muss es sein, so eine Gesellschaft wünsche ich mir, mit so einer Gesellschaft möchte ich leben. Obwohl es natürlich immer tricky ist, mit dieser Erkrankung zu Furz. Ich glaube, das erzählt sie dann auch gleich, was da passieren kann. Auf jeden Fall. Du hast gesagt, dass rausgehen mit Freunden dann schwierig geworden ist. Genau, also ich habe eigentlich immer direkt gefragt, wo die nächste Toilette ist. Wenn ich das nicht gewusst habe, dann bin ich auch da teilweise gar nicht hingegangen oder dachte mir so, nee, dann besser nicht. Okay. Und dann mit dem Schulwechsel in die Weiterführende Schule kommt man ja auch so langsam in die Pubertät. So was, wo man, ja, wo jeder mit seinem eigenen Körper voll viel zu tun hat und sich Gedanken darüber macht, Sorgen hat, irgendwie sich selbst kritisiert vielleicht auch. Und du hast dann aber neben dem, was alle anderen da verspülen, nochmal dein Extrapäckchen gehabt, wo ja auch dieses Schamgefühl entsteht. Also so stelle ich es mir zumindest vor, weil Kinder können hart sein, gerade in so einem Alter. Und das ist dann vielleicht auch etwas, was die, weiß ich nicht, kommen da dann auch Kommentare zu? Ja, also definitiv. Ich will halt vielen Leuten die Angst nehmen, weil viele darüber ja auch gar nicht sprechen. Das ist halt so ein Tabuthema, was ich total schade finde. Und ich glaube, das schränkt viele auch noch mehr ein. Also ich sage das jetzt hier zum ersten Mal. Ich habe mir damals auch tatsächlich in die Hose gemacht. Erstmal Props to her, dass sie das sagt, dass sie damit nach außen geht. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich gut und wirklich wunderschön, das zu sehen. Und das mit in der Hose machen, das meinte ich gerade mit dem Furzen. Ich weiß nicht, das haben viele schon durch. Das habe ich schon von sehr vielen Menschen gehört. Mir ist das aber auch einmal passiert. Und wenn das einmal passiert, das zeichnet einen fürs Leben. Das ist echt verrückt, weil man mir jeden Mal dann wirklich ganz genau darauf achtet, obwohl es immer funktioniert, es funktioniert 99,9 Prozent deines gesamten Lebens, funktioniert Furzen, ohne dass die Hose voll ist. Und einmal funktioniert es nicht. Das war damals, ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon her ist, aber das war sehr überraschend. Und dann ist man unheimlich, unheimlich sensibel, was sowas angeht. Und ja, sie spricht halt auch über den sozialen Aspekt. Das ist halt wirklich das, was am meisten wirklich scheiße ist. Kann man gar nicht anders sagen. Wie sehr das dann einen einschränkt. Und wir brauchen, was wir brauchen, wenn es uns so schlecht geht, ist vor allem Gemeinschaft um uns herum. Und die Sicherheit, dass da jemand ist, das gibt uns auf jeden Fall auch eine ventrale Aktivierung unseres autonomen Nervensystems, da wo dann die Verdauung wieder richtig funktioniert und so weiter. Gemeinschaft gibt uns Sicherheit. Das war eines der Haupt-Überlebens-Tricks, die wir Menschen haben. Dass wir in Gruppen leben konnten, uns in Gruppen organisieren konnten. Ausschluss aus der Gruppe bedeutete den klaren Tod. Wir sind nicht dazu gemacht, alleine zu überleben. Und deshalb ist das immer noch heute so in uns drin, so tief in uns drin. Wenn wir ausgeschlossen werden und nicht mehr an dem gemeinschaftlichen Leben teilhaben können, ist das wie eine Lebensangst, eine Todesangst, sorry, die wir da verspüren. Also krass. Also davon nicht mehr ging. Ich saß dann in der Schule, musste auf Toilette und es hat nicht mehr gereicht von der Zeit. Ich wurde wirklich fast regelmäßig von meinem Mann abgeholt, weil ich es halt nicht geschafft habe dann. Natürlich, das wusste jetzt keiner so direkt in der Schule oder in der Klasse. Das wollte ich natürlich immer verheimlichen oder so, weil es natürlich sehr unangenehm ist. Aber wenn man halt so eine Krankheit hat, dann kann das halt passieren. Ja, und es ist halt super wichtig, dass du heute mal darüber sprichst, weil ich glaube, wenn da draußen auch Schüler dabei sind, ich weiß, dass hier auch Schüler zugucken, dann können die das halt auch selber im Kopf abspeichern. Und das ist ja eine chronische Krankheit, die viel verbreiteter ist, als man das jetzt eigentlich so denkt. Jetzt hast du schon von den Schwierigkeiten bei der Behandlung gesprochen, dass zunächst mal falsch diagnostiziert wurde und außerdem, dass über Jahre auch falsch behandelt wurde. Also ich kenne wirklich Fälle, da wurde Mobus Crohn diagnostiziert, dann wurde es wieder de-diagnostiziert. Also die haben das festgestellt, es war da und dann hätten die Immunsuppressiva schon angefangen, direkt danach, was ich auch völlig krank finde, weil bei mir war das ein langer Weg, bis bevor überhaupt an solche Medikamente, zu solchen Medikamenten gegriffen wurde. Und dann später wurde es dieser Person wieder aberkannt. Und die haben nochmal nachgeguckt, nee, war doch nix. So, total crazy. Und genau das, was ich auch selber immer sage, das gibt so viele Graustufen. Es gibt so eine riesengroße Grauzone, wo man vielleicht Symptome haben kann von Mobus Crohn, wo die Diagnose fallen könnte, wo vielleicht gar keine Untersuchung gemacht wird. Aber wenn die Untersuchung gemacht wird, dann hat man dieses Label Mobus Crohn sein Leben lang. Und dann ist man sein Leben lang krank, weil es ja nicht heilbar ist aus der schulmedizinischen Perspektive. Ah, da gibt es so viele Kritikpunkte, ich will das Video nicht sprengen. Ich selbst kann das irgendwo nachvollziehen, weil als ich aufgehört habe zu laufen, haben die Ärzte auch sehr lange nach einer Diagnose suchen müssen. Und es wurden ganz wilde Theorien, auch in meinem Fall, aufgestellt, dass ich das nur psychisch habe und deshalb nicht mehr laufen möchte. So weit ist es dann fortgeschritten, auch aus Hilflosigkeit der Ärzte. Aber die Behandlung ist dann dementsprechend natürlich auch erstmal eine komplett falsche. Und da würde es mich interessieren, wie das bei dir gewesen ist. Warum sagst du, dass die Behandlungsmethoden verkehrt waren? Witzigerweise sagen die Ärzte mal dann, dass es psychisch ist, wenn sie selber nicht mehr weiter wissen. Das höre ich selber so durch. Und trotzdem sagt er jetzt, es klingt, wenn er das so sagt, als wenn das kompletter Humbug wäre, dass es psychisch zusammenhängt, dass er nicht mehr laufen wollte zum Beispiel. Es gibt dazu aber immer mehr Studien und ein ganz großes Problem mit unserer Psyche, dass 95% unserer Gehirnleistungen im Unbewussten stattfinden. Und nur 5% bewusst. Also 95% checken wir gar nicht, was wir so denken, was unser Gehirn so macht. Deshalb gibt es ja ganz viel und als Coach mache ich damit täglich Erfahrungen, was da unter der Wasseroberfläche liegt, wo man nur mit gewissen Fragestellungen, mit gewissen Übungen, mit einem gewissen Umfeld wirklich rankommt. Wo die Leute danach sagen, das ist mir Jahrzehnte nicht aufgefallen und jetzt, wo wir das machen, wo du mir diese Fragen stellst, fällt mir das das erste Mal auf. Da gibt es viel dazu zu sagen. Ich würde es nicht ausschließen, dass am Ende die Psyche vielleicht der Auslöser sein kann. Der Auslöser für diese ganze biochemische Kette, die dann dazu führt, dass er wahrscheinlich diese Krankheit bekommen hat. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht viel über ihn, nur zu dem Punkt, weil es für mich so klang wie, die haben gedacht, das ist die Psyche oder das ist ja völliger Bullshit. So klar ist es manchmal vielleicht gar nicht. Ja, also es wurde halt eine andere Krankheit behandelt und dadurch, weil der Punkt, der entzündet war im Darm, was halt ein sehr großer war, war ja nicht gehemmt. Also es wurde halt was anderes behandelt und das, was entzündet war, hat sich immer mehr entzündet. Also es wurde immer mehr, immer mehr und irgendwann war es dann halt sehr viel vom Darm und die Bakterien haben sich halt dann im ganzen Körper verteilt. Also durch Blutbahnen sind die halt durch meinen Körper gelangt. Und mir wurde das halt damals so gesagt, dass die Haut dadurch angefallen wurde oder die zerfressen wurde richtig. Die Nerven, die Muskeln, alles wurde angefressen. Und bei mir war es damals schon am linken Ellbogen angelangt. Und dann meinten die Ärzte, dass es halt nicht mehr weit ist zum Herz und dann wäre ich halt definitiv gestorben, weil dann die Bakterien halt das Herz angefallen hätten. Ja, also sie spricht ja sehr wahrscheinlich von einer gestörten Darmbarriere, also von dem, was wir als Leaky Guard auch bezeichnen können, wo einfach Bakterien oder auch Nährstoffe, vor allem die schwerer verdaulichen, größeren Proteine, vielleicht dann auch durchgehen können. Und dann landen die in der Blutbahn und dann gibt es da definitiv, dann gibt es Probleme. Dann reagiert das Immunsystem erst mal so, what the fuck, was macht denn das Protein hier? Oder was macht denn das Bakterium hier und bekämpft das? Und wird natürlich dann vielleicht auch ein bisschen überreaktiv. Und die Bakterien, die können einem einfach überall in den Körper gelangen. Und selber habe ich das halt auch durch, ich habe auch sehr oft eine Augenentzündung gehabt in meinem Leben und Hautprobleme auch gehabt, die ich auch darauf zurückführen kann, dass natürlich auch die Haut innen der Darm nicht richtig funktioniert hat. Und da kann einfach alles, da kann einfach alles davon kommen. Jede mögliche Erkrankung, die man sich vorstellen kann, die kann auch auf Leaky Guard zurückgeführt werden vielleicht. Und, aber krass, dass sie da, was, ich frage mich immer noch, was haben die Ärzte da verzapft, dass sie das nicht, dass sie das nicht gesehen haben oder was? Äußerst, äußerst kurios. Und das nur, weil falsch, aber das muss doch, also es wird doch auch überprüft, so. Ja, aber da ist wirklich viel schiefgegangen. Also ich war in vielen Krankenhäusern, in verschiedenen Bundesländern auch. Wir haben auch darüber gesprochen, ob ich nach Amerika fliegen muss oder Leute nach hier kommen von Amerika, um mich zu behandeln, weil es das so auch einfach noch nie gab. Also es war ein Einzelfall dann mit mir, was dann mit der Haut passiert ist. Es gab so gar nicht und deswegen waren viele Ärzte auch einfach aufgeschmissen. Ja, verstehe ich, natürlich. Also das sind auch... Und heute habe ich Bock auf Kritik, kritische Sichtweisen. Also das wird mir wahrscheinlich in den Kommentaren wieder um die Ohren fliegen, was ich hier zu sagen habe. Aber ich will das einfach mit euch, mit dir natürlich auch teilen. Zu allererst mal gibt es einfach mal die Infektionstheorie, dass da ein Bakterium ist oder ein Krankheitserreger, der kommt rein und wenn der reinkommt, dann gibt es Krankheit. Und es gibt aber noch die Terrain-Theorie und witzigerweise hat Louis Pasteur diese Infektionstheorie geboren. Das war seine Arbeit und am Ende hat er sie selber wieder verworfen, dass es gar nicht so ist, dass da ein Keim reinkommt und dann entsteht Krankheit, sondern die Krankheit, da muss schon sozusagen, das muss schon im Körper gegeben sein, dass sich ein Keim und Bakterium oder was weiß ich was ansiedeln kann, weshalb dann auch es sein kann, dass die Bakterien wohl über den Darm in die Blutbahn kommen, aber sich dann da ansammeln, wo das Gewebe vielleicht schon geschwächt ist, wo das Gewebe das System zulässt, dass ich das ansammeln kann. Als zweites will ich noch kurz darüber sprechen, über eine Sache, die mir schon lange auf dem Herzen liegt. Es gibt irgendwann, wenn man sich außerhalb der Schulmedizin informiert und das machst du ja gerade eben, auf meinem Kanal spreche ich nur über Sachen, die außerhalb der Schulmedizin liegen, also die Alternativen, die es da gibt, gibt es viel Bullshit, gibt es aber auch sehr viel zu lernen und sehr viel Wissenswertes, was später dann auch in die Wissenschaft einfach mit einfließt und dann ist es auf einmal wahr, obwohl es die ganze Zeit als Humbug dargestellt wurde von der Wissenschaft. Und da kommt man manchmal zu solchen Themen, wo zum Beispiel bei der Germanischen Heilkunde, da jemand, der Begründer dieser Medizin, dieser Sichtweise, dieser Perspektive auf die Gesundheit des Menschen, der hat die Lizenz entzogen bekommen. Ich glaube, der war auch im Knast und so weiter. Und das ist das Erste, was man über diese Germanische Heilkunde lesen kann, wenn man auf Wikipedia guckt. Unheimlich problematisch, ohne Frage. Was aber auch problematisch ist, ist, dass man aufgrund dieses Lizenzentzugs die ganze Arbeit der Person verwirft. Das ist wie wenn Einstein am Ende seines Lebens seine Frau umgebracht hätte, würde man dann auch alles, was er gesagt hat, verwerfen. Und deswegen, da appelliere ich an eine Offenheit, auch eine Open-Mindedness, die da ganz wichtig ist, verwirf solche Sachen nicht zu schnell, sondern guck es dir mal an und dann bewerte das für dich selbst. Probier das aus und guck, ob das was ist oder nicht. Sobald es nicht völliger Humbug ist und du dir irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelches Gift reinballerst oder aufhörst zu essen und sowas. Also im Sinne von Sonnen-, Lichtnahrung und solche Späße. Aber immer kritisch da rangehen. Und die Schulmedizin, die ist ja auch nicht, die hat ja auch keine weiße Weste, wie man hier an dem Beispiel sieht. Da gibt es ja auch Tausende, die da jährlich sterben, weil falsche Entscheidungen getroffen werden, weil bei Operationen gepfuscht wird, das falsche Medikamente, die Dosierung hat nicht gepasst und so weiter und so fort. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es manchmal so aussieht, als wenn die Medizin ja so super und perfekt ist, was halt auch nicht ist. Und dann kommt so eine Alternative her, wo zwei Leute sterben, weil sie was falsch gemacht haben und dann wird die Alternative komplett gecancelt. Obwohl da vielleicht Wahrheit liegt, die da ganz nützlich wäre. Auch nur Menschen, die an sich ihr Bestes versuchen zu geben. Trotzdem ist es halt, ja, es geht da schnell auch um Leben und Tod und Ärztefehler sind halt, gerade wenn es solche Schäden gibt oder es gerade um Leben und Tod geht, auch unverzeihlich für eine Mama zum Beispiel. Definitiv. Und dein Leben hat es dann geprägt. Was genau ist dann da am Ellenbogen passiert? Also wie gesagt, die Haut wurde halt angefressen oder zerfressen und die Haut hat sich bläulich verfärbt, also war halt abgestorben richtig und es haben sich so tennisartige Geschwüre gebildet, also wirklich so richtig große, blau verfärbt mit einer Flüssigkeit und das war halt alles abgestorbenes Gewebe. Und das war auch eine ganz lange Zeit an einem Krankenhaus. Da bin auch viel in Ohnmacht gefallen, vor Schmerzen einfach, habe dann auch Morphium ganz viel bekommen. Also von der Zeit weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so viel, weil ich halt echt immer weggeballert wurde, sage ich jetzt mal, dass ich halt gar nichts mitbekomme von der Zeit. Und dann hat mich der Arzt angefangen zu operieren in der Kinderklinik, weil er das halt aufgemacht hat, immer sauber gemacht hat, gespült. Er wollte die Bakterien halt irgendwie wegkriegen und da wurde ich teilweise fünfmal am Tag operiert, weil es einfach immer mehr wurde, immer schlimmer wurde. Und der Arzt hat dann irgendwann gesagt, was ich heute noch sagen muss, wirklich Hut ab, der kann nicht mehr, er weiß nicht mehr weiter, er muss mich abgeben, weil er einfach nicht mehr weiß, was er noch machen kann. Super Arzt. Also Hut ab, weil das ist auch nicht einfach, das zu machen. Deswegen, sie versteht das genauso gut, wie ich das gerade glaube ich auch verstehen kann, dass dann das Ego abgelegt wird und gesagt wird, ich weiß es nicht, kann es nicht. Zum Glück ist es so gewesen. Ja, krass. Echt krass. Ja, und dann bin ich in ein recht großes Krankenhaus gekommen, hier in NRW und da wurde mir dann tatsächlich das Leben gerettet. Wie kann einem aus dieser Situation, wenn ein Arzt schon aufgibt, dann noch das Leben gerettet werden? Also ich bin dann, wie gesagt, in das andere Krankenhaus gekommen, mit einem Krankenwagen, eigentlich mit einem Helikopter, aber es wäre nicht gegangen, weil natürlich, desto mehr man sich bewegt, desto mehr Blut fließt ja auch durch den Körper und dann werden die Bakterien halt noch schneller durch den Körper geflossen. Deswegen mit einem Krankenhaus und Polizei-Eskort. Also wirklich mit 10 kmh sind wir von einem Krankenhaus zum anderen gefahren und da angelangt, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, da lag ich dann halt in diesem Krankenbett und wurde dann halt reingeschoben, direkt in Notaufnahme und dann standen da glaube ich 15 Ärzte um mich rum, alle mit Masken, Hauben und haben alle auf mich drauf geguckt und ich lag dann da. Inzwischen war ich aber da schon 11, also sind schon dann zwei, drei Jahre vergangen. Ja, dann bin ich halt direkt in den OP gefahren worden und da wurde meiner Mama dann gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie mit mir zusammen wiederkommen und mit den Worten musste meine Mama mich halt gehen lassen. Hast du mit? Alter, stell dir mal vor, du musst durch sowas durchgehen und stell dir mal vor, du bist, ich bin selber, ich wollte gerade sagen, ich bin selber keine Mutter, ich bin selber kein Vater eines Kindes, aber das, Alter, ey, wenn du das zu hören kriegst, so, dass du da so auf die Art und Weise vielleicht jetzt gerade eben Tschüss sagen musst, ey. Krass. Ich höre das und ich fühle mich gerade wirklich, mich macht das, mich stimmt das sehr emotional, wo ich sage so, Alter, Mann. Aber sie, und wie gesagt, das ist keine Kritik, aber sie erzählt das und hat also noch so dieses kleine Lächeln mit dabei, so. Das ist was, was mir wirklich sehr stark auffällt. Habt ihr mal drüber gesprochen, wie diese Stunden dann für sie waren? Es waren ganz schlimme Stunden für sie, sie hat gar nicht geschlafen, sie war halt immer bei mir, es gab nichts anderes mehr für sie. Ich glaube, das kann man gar nicht in Worte fassen. Es ist schwer, das zu beschreiben. Ich glaube, jede Mutter oder generell auch jedes Kind kann das ja verstehen, wenn ein Familienmitglied vielleicht nicht mehr wiederkommt. Ja, und du hast ja auch nichts in der Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, sie kann ja dann nicht irgendwie, wenn du krank zu Hause liegst, dann macht die Mama halt noch einen Tee und macht noch was Leckeres zu essen oder so. Das, was eine Mama halt machen kann und liest dir was vor in so einem Alter. Aber wenn du als Mutter dein Kind in den OP-Saal entlässt, dann weißt du nie, was passiert und gerade mit solchen Worten, jo, ja, das gehört, das gehört halt dazu. Das ist das Spiel mit Leben und Tod, aber irgendwie sehe ich ja heute, sie sind mit dir zurückgekommen. Genau. Ja, dann wurde ich halt ja untersucht, der ganze Dame wurde wirklich auf den Kopf gestellt und da hat dann halt ein Arzt wirklich den einen Punkt gefunden und direkt festgestellt, was es eigentlich ist und dann wurde ich halt auch ja dagegen behandelt und der Arzt hat mir wirklich in der Nacht das Leben gerettet, weil, wie gesagt, ein paar Stunden länger vielleicht, dann wäre es halt vorbei gewesen, aber trotzdem waren ja die Wunden schon da, also das musste auch alles noch behandelt werden. Das war dann ja auch der Fall und dann hatte ich eine Hauttransplantation. Also dann wurde mir wirklich alles abgenommen bis auf die Hauttransplantation. Bevor wir in diese Hauttransplantation gehen, der Grund, warum ich da so drauf fixiert bin, auf dieses kleine Lächeln, was sie da zeigt, wenn sie über solche schweren Dinge spricht, ist, dass es eine große Verbindung gibt zwischen der Unfähigkeit, Emotionen wahrzunehmen und zuzulassen und verschiedenen Erkrankungen, die auch chronisch sein können, weil es einfach ein krasser Stress für den Körper ist, wenn sowas nicht raus kann im Endeffekt. Und wie gesagt, kann ich immer nur wieder dieses Buch empfehlen. When the Body Says No, also Gabor Matthei ist da einer, der wirklich der Begründer, nicht Begründer, aber eben der am Lautesten darüber auch spricht und die Erfahrung dürfte ich halt selber auch machen. Also für mich ein ganz großer Schritt nach vorne, Emotionen zuzulassen, da habe ich eine dreiteilige Videoserie, auch die ist hier gerade eben verlinkt und würde ich auf jeden Fall mal ans Herz legen, das mit anzugucken. Wie gesagt, ich baue mir mein eigenes Puzzle hier zusammen oder ich versuche das für mich zu lösen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ein Elternteil fehlt und die Mutter dann das alles alleine machen muss und die Mutter hat schon so viel für sie getan, inwiefern will man dann als Kind noch problematisch sein, wenn die Mutter schon so überfordert ist? Vielleicht will man dann, vielleicht steckt man seine Wut zurück, um die Mutter nicht zu überlassen, vielleicht steckt man seine Trauer zurück, vielleicht schluckt man das einfach immer und immer wieder runter, damit der Mutter endlich gut geht, wenn man die im Endeffekt in einer gewissen Art und Weise retten möchte. Keine Ahnung, das ist was für mich gerade hochkommt. Auf den Knochen an den Stellen, wirklich Muskel, Gewebe, Fettgewebe, alles wurde weggenommen und dann wurde Haut von meinem Oberschenkel entfernt und da drauf gesetzt und dann lag ich erst mal im künstlichen Koma. Also dann haben mich die Ärzte ins Koma gelegt, weil ich halt noch ein kleines Kind war, die Schmerzen, das musste auch erst mal heilen und überhaupt angenommen werden, deswegen haben die die Maßnahmen dann eingeleitet. Dann haben die also von deinem rechten Oberschenkel Haut entnommen und die dann auf deinen linken Arm und rechten Fuß. Und auf den rechten Fuß. Krass, ich sehe sogar da so ein bisschen eine Nabe raus. Also hier, genau. Das habe ich jetzt auch seit einem Jahr ungefähr, dass ich keine Bandage mehr trage, also dass ich das nicht verstecke, weil ich das echt immer jahrelang versteckt habe, dass es keiner weiß und keiner sieht. Das mache ich jetzt zum Glück nicht mehr. Okay, ja dann redest du da auch offen drüber, weil du warst ja dann immer noch, du warst ja immer noch nicht eine richtige Teenagerin mit elf und bist dann halt mit diesen, ja, mit diesen Narben am Körper, wo man vielleicht damals als Mädchen sagt, oh nee, das ist nicht so schön, weil das sieht nicht aus, wie alle anderen irgendwie aussehen. Mit diesen Narben bist du dann aber trotzdem in die Puertät so reingerutscht. Ja genau, also ich bin dann nach einer ganz langen Zeit, ich war drei Monate im Krankenhaus, da gab es dann zwischendurch noch einen Zwischenfall, wo ich dann auch ein paar Sekunden tatsächlich wirklich tot war, also ich hatte einen Herzstillstand, weil es dann doch nochmal einen Rückfall irgendwie gab, dann wurde ich auch nochmal ins Künstliche gelegt, also es ging nochmal so weiter, aber dann war es auch irgendwann ja gut, würde ich sagen und ich hatte mal eine Transplantation, alles war verheilt, wurde angenommen und dann hatte ich halt quasi den Tag, wo mir die Narben das erste Mal gezeigt wurden und als ich die Narben gesehen habe, da dachte ich mir so, okay, warum hast du es überhaupt überlebt? So, das war wirklich mein erster Gedanke, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre. Ich dachte mir, damit kannst du niemals leben, wie soll es funktionieren? Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das wirklich, wie sie sich da gefühlt haben muss, weil Pubertät ist hart. Also, wenn uns Kinder langsam Erwachsene werden, die Kinder, die damals, die sie gemobbt haben, weil sie da ein bisschen dicker geworden ist, das sind jetzt, da ist nicht so viel im Kopf passiert und in der Pubertät wird man meiner Meinung nach noch oberflächlicher, was das alles angeht, weil man will dann natürlich auch dem anderen Geschlecht gefallen und so weiter. Krass, ich kenne es noch aus meiner Kindheit, ich hatte sehr viele Hautprobleme und so weiter und ich weiß einfach, wie unheimlich beschämend das war und wie ich mich versucht habe, zu verstecken, diese ganze Geschichte, die ganze Geschichte zu verstecken, wie viel Energie da reingeflossen ist, dass das niemand mitbekommt und am Ende hat es einfach die wenigsten interessiert. Man hat es einfach selber so krass überdacht und so viel Gedanken gemacht, am Ende war es den meisten einfach schnurzegal, manche haben das gar nicht gesehen so, aber man selber hat halt vor dem Spiegel gestanden und sich da derbe Gedanken gemacht, das hat die komplette, das hat das ganze Jahr versaut solche Geschichten, krass. Sonst geht nicht. Ja, man hat dann vielleicht auch Angst vor so Blicken und allem möglichen, ey, also was Narben angeht, ich weiß, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wie groß das ist, aber ich habe auch in meinem ganzen Körper überall Narben, aber du bist da sehr hart mit dir ins Gericht gegangen und hättest dir fast gewünscht, lieber tot zu sein. Genau, also ich habe das dann gesehen und dachte mir dann, okay, ich weiß nicht, ob es das jetzt wert war, so, aber dann ging das auch relativ schnell vorbei, als ich dann auch gesehen habe, dass meine Mama halt natürlich, ja, oder ich wusste ja, dass meine Mama jede Sekunde da war und dass es für sie natürlich, ja, gar nicht in Worte zu fassen gewesen wäre. Und dann war ich auch ziemlich schnell froh, dass ich es natürlich überlebt habe und es wurde ja auch zwischenzeitlich darüber gesprochen, mir das Arm, das Bein abzunehmen oder auch den Arm, weil, ja, man wusste nicht, ob man es überhaupt retten kann, wegen den ganzen Bakterien und so, wie tief das wirklich ist und da wurde auch darüber gesprochen. Also ich bin dann immer wach geworden aus der OP und habe dann immer unter die Decke geguckt, ob mein Bein halt noch da ist, weil es hätte immer passieren können, dass es nicht mehr da ist. Ja. Also muss man sich immer auf der Zunge jetzt ergehen lassen, was die Ärzte da auch geleistet haben, ne, dass die da, also ich finde das so extrem, wie man das herausfindet, wie man das übt und wie man das, wie man das dann einfach macht, dass man einfach umschneiden jetzt am Oberschenkel schneidet man ein bisschen was raus, machen das, nehmen bei der Hand die ganzen Muskeln ab und alles und lassen die Sehnen aber und die ganzen Adern ganz und dann packt man einfach so ein bisschen vom Oberschenkel drauf und das verwechst dann und dann läuft das. Ist das nicht heftig, was die Mediziner leisten kann? Das ist Kunst, das ist eine fucking Kunst, was die da machen und so kunstvoll das in der plastischen Chirurgie ist, was die Medizin da leistet, so plump ist es für mich, fühlt sich das für mich an, wenn es um die Langzeitbehandlung von chronischen Erkrankungen geht. Das ist dann so eine Lösung, wo man sich denkt, da gibt es doch so viele andere Punkte, die noch ganz wichtig wären, sowohl das, was ich auf meinem Kanal natürlich in meinem E-Book auch spreche und dann bekommt man einfach so eine Tablette und dann die Ernährung macht nichts und Psychologie, Stress hier und da, vielleicht hat das eine Auswirkung. So heiß. Ja und da dachte ich mir dann halt, okay, besser auf jeden Fall zwei Beine und zwei Arme und dann halt nur so Narben anstatt dann halt noch ein Bein zu haben. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der bessere Deal, aber ich verstehe auch die Gedankengänge. Ihr könnt auch mal für euch kurz überlegen, wenn ihr jetzt an eurem Körper so runterschaut, schaut euch mal eure Beine an, eure Arme, vor allem die Haut und stellt euch vor, dass sich an einem Tag von heute auf morgen gefühlt, also ihr geht ja während einer OP schlaft ihr in der Regel, das heißt, ihr geht in diesen OP-Saal und die nächste Erinnerung ist, dass ihr aufwacht und ja, das ist einfach eine, wie groß ist die Narbe? Also das hier geht von hier bis hier und also ist komplett um den Oberschenkel. Achso, die haben die Haut komplett? Genau. Komplett, okay. An meinem Arm ist halt, also so. Ja, okay. Ist halt komplett wirklich hier bis auf den Knochen weg und am Bein, ja, am Bein geht's halt. Am Bein ist nicht ganz so schlimm, weil der Arm war für mich halt wirklich schon hart. Ja. Wie bist du als Jugendliche mit den Narben, die ja jetzt nicht klein sind, umgegangen? Also hast du die dann offen gezeigt, gerade so am Oberschenkel, wenn man mal irgendwie eine kurze Hose trägt oder so, dann würde man das ja auf jeden Fall sehen. Unten am Fuß hast du welche und der gesamte Oberschenkel. Dann gibt es ja auch so einen Sommer, kurzer Ärmel oder einfach nur, viele Mädels tragen ja auch einfach nur so einen Träger-Top oder wie das dann heißt, wo du den gesamten Arm siehst. Wie hast du dich gekleidet? Also ich hatte ja ganz lange halt einen Verband um meinen Fuß, Arm und Oberschenkel, einfach um die Narben natürlich zu schützen. Den Verband habe ich aber sehr lange danach auch noch getragen, obwohl ich den eigentlich gar nicht mehr gebraucht hätte, sondern einfach nur, um es zu verstecken. Dann irgendwann bin ich vom Verband weg und hatte dann so wie so eine Stulpe halt. Also einfach, dass man es halt trotzdem nicht sieht, aber halt kein Verband mehr und das habe ich halt dann immer getragen. Also ich habe es wirklich lange versteckt und mein erster Freund hat es auch tatsächlich gar nicht gesehen. Dem habe ich das zwar erzählt, aber da habe ich mich einfach noch gar nicht bereit dazu gefühlt, das zu zeigen irgendwie. Und mein jetziger Freund, der hat es auch lange nicht gesehen. Kurz vor GNTM habe ich es ihm dann das erste Mal richtig gezeigt, weil ich natürlich nicht wollte, dass er es im Fernsehen das erste Mal sieht. Das meine ich. Und ich glaube, ich sage da auch gleich, dass der Freund halt gesagt hat, jo, und? Ist okay. Und auch ich, wenn ich das sehe, denke ich mir so, jo, ist okay. Also, aber ich weiß, dass sie das ganz anders sieht. Ich kenne das. Wie man sich darauf fixiert, wie krass das, wo man nur noch guckt und denkt sich dann so, ey, Alter, mit mir stimmt irgendwas nicht, das muss ich verstecken. Leute sehen das und Leuten ist das meistens so egal. Ist Wahnsinn. Ja klar. Und dann habe ich es ihm gezeigt und dann war er so, ja, okay. Also, weißt du, er hat es dann gesehen und dann war es auch direkt wieder durch das Thema, weil es nicht so, mein Gott, nee, ich könnte das jetzt gar nicht mehr, so nach vier Jahren Beziehung oder nach drei Jahren Beziehung. Er hat es halt einfach so hingenommen und für ihn war es halt normal. Ach, das heißt, du hast sonst vorher hast du immer irgendwie eine Bandage oder einen Verband drüber gehabt, so dass, wenn ihr irgendwie zusammenbleibt, weil in vier Jahren Beziehung man ist ja dann auch, kommt sich näher und dann gibt es ja auch Geschlechtsverkehr und was auch immer, aber da hattest du halt immer deine Bandagen an, so dass du dich safe gefühlt hast, dass man das halt nicht sieht und, aber das heißt ja auch, dass da eine gewisse Angst irgendwie dahinter steht. Definitiv, ich hatte total Angst, klar. Ich habe es auch eher Leuten gezeigt, die mir, das heißt unwichtig waren, aber zum Beispiel bei einem Shooting irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne, da habe ich sofort gezeigt, das war mir halt egal, weil das Lottie sehe ich vielleicht nie wieder, so wenn ich es eklig finde oder kacke finde, dann ist mir halt egal, aber es ist halt mein Freund, die Meinung ist mir natürlich wichtig und wenn er das sieht und sagt, boah, ne, könnte ich gar nicht oder kann ich nicht, das ist eklig, das wäre natürlich für mich das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, jetzt hast du schon einiges über GNTM immer mal angerissen, dass du mal da warst und jetzt würde ich da gerne auch noch was zu erfahren. Du warst in der letzten Staffel von Germany's Next Topmodel als Model mit dabei. Ist das so der erste Punkt gewesen, wo du ganz klar frei raus gesagt hast, ich gehe jetzt auch mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit, also mit mir als Person und ich weiß, da muss ich die Hüllen fallen lassen? Ja, so war das für mich. Es war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt zeigst du es einfach allen, weil es ja auch viele Freunde von mir gar nicht wussten. Also viele, die ich ja erst seit zwei, drei Jahren kannte, die wussten es halt gar nicht. Das ist halt, ich finde das so inspirierend, wenn Menschen eine Schwäche zu einer Stärke machen und witzigerweise sieht es auf dem Foto fast so aus, als ist das Teil der ganzen, also die macht das Teil zu einem Teil ihres Stils dann auch. Und das finde ich so, 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 so gut. Und da kann man so viel draus lernen, wie viel Kraft man aus solchen Geschichten rausbekommt, aus solchen richtig krassen, harten Dingern, was man da rausbekommt für eine Kraft. Und man sollte mal denken, ey, man sollte denken, man hat so viel durch und dann dadurch, dann wird man immer schwächer, aber es ist gerne umgedreht, dass man dann halt was mitnimmt und stärker wird. Und, äh, ja, wie viele Menschen würden sich raustrauen mit sowas? Und sie macht es halt, finde ich echt, so richtig, richtig gut, ey. Meine Klassenkameraden wussten es nicht und dann dachte ich mir, okay, wenn ich es jetzt einmal im Fernsehen zeige, so vor, Millionen Leuten, dann wissen es einmal alle und dann ist gut. Wie war denn das Gefühl, dann zu wissen, okay, es gibt ja auch solche, ich weiß nicht, hattest du so ein Nacktshooting? Ja, Nacktwalk sogar. Komplett? Ja. Also was ist da bedeckt, so hier unten? Also wir hatten so Pads halt, okay, ja, drei Pads. Ja. Wow. Quasi. Das heißt, was Narben angeht, ja, also da konnte man gar nichts verstecken, nee. Heftig. Was mich jetzt aber noch interessiert ist, wie es für dich mit deiner Erkrankung heute aussieht. Ich habe jetzt aktuell wieder so einen etwas stärkeren Schub. Man hat das immer so wellenförmig quasi, dann geht es einem wieder besser, dann wieder nicht so gut. Das habe ich aktuell, mir geht es momentan nicht so gut. Und so mit meinen Narben bin ich durch GNTL natürlich entspannter geworden. Aber ich muss sagen, ich bin noch nicht bereit, jetzt irgendwie in die Stadt zu gehen mit einem T-Shirt, um meine Narben wirklich so zu zeigen, wie sie sind. Ich glaube, das ist einfach ein langer Weg, dafür habe ich mich zu lange versteckt. Es sind natürlich jetzt auch schon über zehn Jahre, seitdem ich das habe. Und da jetzt einfach zu sagen, ach komm, egal, ich gehe jetzt ins Freibad und zeige alles, das kann ich nicht. Ich finde, das ist noch ein Unterschied, ob man sich im Fernsehen so zeigt, weil da sieht man auch die Reaktion nicht direkt von den Personen oder ob man es wirklich im echten Leben so macht. So interessant, oder? Welche Nuancen es da gibt, weil es ist, wie es klingt, ist es nicht, dass Menschen es sehen, sondern die Reaktion. Und welche Reaktion ist das genau? Das würde mich dann interessieren. Und sie ist gerade wieder in einem Schub, es läuft gerade wieder nicht so dolle und sie sagt auch, es kommt so wellenförmig und die Frage ist für mich dann immer, warum jetzt, warum passiert es gerade jetzt, was sind die auslösenden Punkte? Und ich akzeptiere die Antwort nicht, dass das einfach genetisch ist und dass das einfach aus dem Nichts kommt, weil das keine wissenschaftliche, keine menschliche Sache ist. Das ist einfach ein Statement ohne Punkt am Ende. Das ist nicht, das ist nicht menschlich, das ist nicht wissenschaftlich, weil wir wollen wissen, was abgeht. So wie wenn das erste Mal ein Mensch eine Sonnenfinsternis sieht, der sagt auch nicht, ach, Sonne, dunkel, ja, ist halt einfach so. Kann man einfach aus dem Nichts. Nee, man will ja wissen, man will das doch verstehen, oder? Man will doch wissen, woher kommt das? Warum gerade jetzt? Ich fühle, mein Gefühl ist, gerade jetzt in der Phase, in der wir stecken, als Menschheit, dieser Kapitalismus, der jetzt gerade auch vorherrschend ist, die kapitalistische Wissenschaft im Endeffekt auch, jede Studie, die gemacht wird, muss am Ende irgendwo Einkommen erzielen, weil die Forscher müssen bezahlt werden. Und die Organisationen oder die Menschen, die da das Geld investieren, die möchten das Geld auch wieder raus haben. Das ist ja komplett verständlich. Aber das leitet Wissenschaft einfach und natürlich dann auch die Schulmedizin und was Krankheit, die Wissenschaft, was Krankheiten angeht und so weiter, in eine Richtung, wo einfach am Ende ein Produkt rauskommen muss. Es reicht nicht, dass da, also wenn man es feststellen könnte, okay, Morbus Crohn, die Ursache Morbus Crohn ist psychologischer Stress und dann muss man eine Psychotherapie machen. dann würde das nicht so viel Geld bringen, wie ich mach mal jetzt was, was die Symptome wegbringt. Egal, was die Nebenwirkungen sind, aber die Symptome sind schon mal weg und das ist jetzt diese Tablette und die Tablette, das ist viel einfacher als eine Psychotherapie, weil die muss man einfach nur schlucken oder man kriegt das mit einem Einlauf rein. Da kann man viel mehr Geld mitmachen. Und ich will da niemandem was Schlechtes unterstellen, gar nicht. Ich will nur sagen, man könnte ganz andere Wissenschaft machen, wenn es nicht immer ums Geld gehen würde. Wenn es nicht drum gehen würde, dass am Ende jemand dran hart verdienen muss, dann würde man vielleicht in die Richtung gehen, die ich gerne forschen würde. Eine holistischere Sichtweise. Chanel, ich weiß, dass da draußen super viele Menschen auch zuschauen, die selber betroffen sind und vielleicht halt wirklich noch zehn Jahre jünger als du oder fünf Jahre jünger oder vielleicht auch 15 Jahre älter, aber noch nicht gelernt haben, da einen Umgang mitzufinden. Und deshalb wäre meine Frage an dich, was würdest du diesen Menschen da draußen raten? Ja, also ich würde euch raten, wenn ihr in so einer ähnlichen Situation oder in derselben seid, dass ihr euch nicht versteckt, nicht schämen braucht, weil kein Mensch kann was für seine Krankheiten, keiner hat sich das ausgesucht. Und ich glaube, es gibt auch immer schlimmere Dinge im Leben. Und ich sage mir immer, klar, ich habe Morbus Crohn und ich leide darunter, keine Frage, aber es ist andererseits auch nur Morbus Crohn. Also es gibt viel schlimmere Krankheiten. Ich lebe, ich bin soweit gesund, ich lebe damit gut und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Versteckt euch nicht und mir hat es geholfen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und mich so zu zeigen, wie ich bin. Und seitdem, ja, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen und jetzt kann ich darüber sehr offen und ehrlich sprechen. Word ist auf jeden Fall ein super Statement. Absolut gehe ich vollkommen mit und möchte noch was hinten ranhängen. Schlimmer geht es immer. Nur weil es dir schlecht geht und jemand anders geht es noch schlechter, ist dein Leiden nicht weniger wert. Also trotzdem hast du, du hast es verdient, dich schlecht zu fühlen. Oh Gott, jetzt habe ich es falsch gesagt, ne? Du, wie sage ich das richtig? Du darfst dich schlecht fühlen, auch wenn es anderen schlecht geht. Du hast es nicht verdient, ganz und gar nicht. Niemand hat es verdient. Ich muss aber noch was dazu sagen, und es ist nicht aus meiner Perspektive so, dass man nichts für seine Krankheiten kann. Natürlich ist das schwierig, wenn man das sagt. Ich will nicht sagen, du bist dran schuld, da ist Scheiße gebaut. Nee, das will ich nicht sagen. Ich will aber unbedingt sagen, dass es auslösende Faktoren gibt und dass ein gewisses Denken, gewisse Handlungen nach sich zieht, gewisse Emotionen, gewisse weitere Handlungen und so weiter und so fort, die dann sich negativ für unsere Gesundheit auswirken können und vielleicht auch im Darm und vielleicht auch solche Krankheiten begünstigen. Deshalb liegt es schon in unserer Hand. Aber natürlich, was sie sagt, aus ihrer Perspektive, dieses Paradigma absolut hundertprozentig und da schreibe ich das, dass man damit vielleicht, nicht jeder muss an die Öffentlichkeit gehen, nicht jeder muss das jemandem auf die Nase binden, wenn er das nicht möchte, aber erkennen, dass man nicht die Krankheit ist, ist ganz wichtig. Du bist nicht Morbus Crohn, Codius ulcerus oder jegliche Krankheit, die du hast, das bist nicht du, das ist nur ein Teil von dir. An dir gibt es noch ganz viele andere gesunde Teile und das ist ganz wichtig. Wahrnehmen, dass man nicht krank ist, aber auch gucken, okay, das ist nicht alles. Aber auch wahrnehmen, dass es schlimm sein kann, Morbus Crohn zu haben und ein Abo dalassen, weil ich dir helfen möchte, weiterzukommen mit der ganzen Erkrankung. Ja, also ich ziehe da nach wie vor den Hut vor, das ist große Klasse, das ist nicht selbstverständlich und das ist auch ein Prozess, aber ich drücke da ganz, ganz fest, jedem von euch da draußen auch die Daumen, dass ihr es schafft, auch im Umfeld davon zu erzählen, nicht jeder wird bei Germany's Next Topmodel landen, aber darüber zu reden, ist der erste Schritt und Chanel, da tust du auch einen großartigen Job für diese ganze Community, deshalb vielen, vielen Dank, dass du heute hier am Start gewesen bist. Ja, sehr gerne, ich habe zu danken. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt die sehr gerne unten in die Kommentare. Genau, schreibt das am besten bei mir unten in die Kommentare, welche Fragen ihr vielleicht noch habt. Ich muss noch zum Fazit sagen, ey, da sitzt eine Frau, die hat, ey, die hat die Hölle durch und die geht dann mit ihren Narben auf den Laufsteg. Das ist grandios, also wirklich, wirklich, wirklich ganz großen Respekt. Unheimlich krasse Geschichte. Ich hoffe, das inspiriert dich genauso, wie es mich inspiriert. Und vor allem hoffe ich, dass du Hoffnung daraus schöpfst. Die war am Ende, die war kurz schon, die war schon mal fast tot, die war schon da, wo das Herz nicht mehr schlägt und ist da jetzt bei Germany's Next Topmodel auf den Laufsteg gelaufen. Ey, es ist nicht, wie gesagt, egal in welcher, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, aber ey, verlier die Hoffnung nicht. Das ist echt ein, wirklich ein Beispiel, wie es laufen kann. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand noch mehr Hölle durchmacht mit Mobus Krohn als sie. Das war schon wirklich ein sehr spezieller Fall. Deswegen, geht immer nach vorne, man kann immer Besserungen erzielen, dafür stehe ich mit meinem Kanal. Bitte also, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, lass einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da, dann verpasst du keine weiteren Tipps, wenn ich, keine weiteren Videos, denen ich dir helfen möchte, ein schubfreies Leben und ein medikamentenfreies Leben zu führen. Übrigens habe ich auch eine Website, da gibt es ein kostenloses E-Book und da kann man auch Coaching-Sessions mit mir buchen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sehe dich am nächsten Dienstag, 18 Uhr wieder. Mach's hübsch. �e a an 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 Vielen Dank.